Hallo Leute, herzlich willkommen bei einem neuen Matchmaking hier mit dem Trill, dem Ace, dem Felix und mir, dem Bear. Joa, heute mal Black Gold und Overpass, weil wir das noch für die Mission brauchen, also Trill und ich. Ab geht's. Das wird absolutarig, Black Gold haben wir ein wenig raff, Overpass ist eine Schande eigentlich. Overpass wird es uns wahrscheinlich wieder erwischen, aber naja. So Freunde, es geht los, wir spielen Black Gold. Joa. Endlich, ich brauche da seit ungefähr gefühlten acht Wochen den Win für meine Mission. Er hat zuletzt das Mal nicht so gefehlt, Eagergon noch damit. Letztes Mal im Livestream leider verloren, weil er jetzt nichts gecallt hat, das Schwein. Okay. Er ist abgeschützt. Er hat jetzt Dynamik, er hat nichts auf dem Profil. Hacker cheatet rein. Dynamik, ich tipp das in Pole. Ja, das ist Polen oder Russen Hacker. Ich werde mal sein Profil abchecken. Ähm, die Players. Riech in die Fresse und die hacken rein. Locker, cheaten. Ich sehe es nicht. Kann man anders sein Profil checken, wer herkommt. Aus Belafrost, Belafrost. Ach du Scheiße. BelaRouge. Alter, der braucht ja nichts. Oh, es läuft gleich so viel flüssiger, Mann. Wenn die Settings stimmen. Joa. Wie ich es halt nicht merke. Nein, Alter. Merdeckt was? Ich mache B wieder. Ich mache wie immer Adolf Hitler Gedächtnisgang. Alter, die. B ist halt kaum zu halten, da bist du, Mann. Wir können ja auch mal Risiko gehen und mal stacken in der Pistole einfach. M4A1S ohne Skin. Mjam Mjam, das schmeckt. Ja. Wie Ali 4K bei TÜD auf dem Kanal. Weck Schwein, Mann. Und Snackst das Ace in der vorletzten Runde hat auch hochgeladen. Man, Tweet, ey, der macht einfach nur die Frags von anderen Editen, man ist so easy. Weck Schwein. So, Jungs, es geht los. Ich werde hoffentlich agieren können. Gucken wir mal, was unser Mate der gute Dynamik macht. Ich gehe einfach mal auf Long Range mit Kevlar. Dynamik? Where are you going? I'm going, ey. Can you go mid? I'm going mid. Colt nichts, der Schweine-Zone, Alter. We are your mind. Go, weep. Go, weep. Go, weep. All, war, all. 25 gibt's. Was soll ich denn jetzt decken? Meta? Ja, du musst aus, Mann, Mann. GG, Mann. Ich bin ganz bang, ich habe eine P2000. Warte mal, hier ist einer am Hitler, am Schweinehaus da vor A. Ich verschiebe B direkt. Einer Richtung A, einer B bin ich. Ja, Bomber zu B, Bomber zu B, ja. Bomber, einer, Bomber down, den hab ich, Erik. One on A. He's going mid, towards mid. Ich, ich push durch. Both on A, both on A. One coming from behind, CT base. Eric, komm mal mit hier, geschoben, bitte. Bin schon durchgepusht. Einer T-Base, einer CT-Base. Ja, ganz, ganz T-Base, ich hol den. One CT-Spawn. Wo ist die Bombe down? Einer war halt CT. Hä? Da ist er. T-Base, noch, der hat nichts mehr dazu. Warte, ich helfe dir mit dem Erik. Ace, was ist da los? Ich push schon weg. Der ist irgendwo mehr, oh mein Gott, mit, äh, 60 OP. Hey, Mann. Last T-Base. Boah, was für ein Mensch. Ich habe die P2000 drin, ich weiß nicht warum. Ich glaube, an den S-Spawn. Ja, auf geht's. Ja, Alter, lasst euch mal meine M4 ohne Skin schmecken, Alter. Oh, ist das geil, Mann. Ich habe mein Skin-Spawn-Spawn-Spawn-Spawn. Demig günstig, danke, wird das Pro. Was, dein Rank-Ace, nicht chatten, nicht chatten. Bleibt dem absolut nichts. Lass ihn im Umklang. Der geht halt weh mit Pumpe, der Pole. Den juckt's nicht, Mann. One A. Was schreib ich so? Einer nur A bis jetzt. Wo B ist nichts. Wo B ist einer im Schweinehaus. Der ist down. Einer geboostet down. So down einer. A oben, wovon noch einer ist. Und mit der Rest, B. Nichts, B, G, Mitte. Ich, ja, okay. Wir sind irgendwo am Spawn. Ach, Mann, der gammelt hier noch ab, da auf der Kiste liegt es bei B. Lass dir mal nicht die M4 picken. Der fickt hier ordentlich. Der aimt nach hinten ab, der aimt nach T-Spawn ab. Wo die M4, Eirik? Ja, irgendwo da, wo meine Leiche ist. Oh, diese verdammten Querschämen bei A. Die sind zu nervig, Mann. Du kannst da nirgendwo durchgucken. 77, gebe ich denen. Ich gehe mal aufs Dach jetzt. Die haben nicht gelegt. Ja, die haben entangled. Dima, Bolz, Gargobi. Macht euch mal bereit, dass mir gleich einer eine A verlegen muss. Ich habe nicht viel Geld. Ja, wir haben dickes Geld am Start. Was mache ich denn? VB ist der Smoke. VB geht Action. A nichts. Ich push Mitte durch. Mitte ist jetzt. Einer hat einen Koi. Wir rushen durch hinten. Mit der Dame. Einem Schweinehaus. Ah, nee, ist ein Mate. Kommen wir down. T-Spawn. Last. Äh, CT-Spawn, meine ich. CT-Spawn? Unser Spawn? CT-Spawn, ja. Hä? Ist nicht reingegangen. CT-Spawn, last. Down. Liegt hier irgendwo eine Wachtfahrer? Ich brauch doch keine Wacht. Okay, müssen wir doch nicht gehen. Spar von denen, Guys. Komm, kauf und go. Wichtig Runde, komm. Auf einmal fliegt. Und los. Muss mal Posi changen, ey. Er ist hier immer unten, also bitte nicht in die Tür stellen. Der Pole, ich weiß nicht. Der Pole geht aus und mit A wird auf B. O-B, wieder abgesmogt. A nichts. O-B, bewegt sich was. Eine A unten. Mit auf jeden Fall ein, ja, instant. A, Mitte. Kommen die nach A? Hat noch 20 AP. Mit 1. Er ist bei dieser, ja genau, dabei. O-B ist gar nichts. Ich glaube, wir fahren A. B ist ja 20 AP noch. I think A. Ja, das fehlt wahrscheinlich, ja. Ruhe bitte. Bommel down to the A. Eine war noch am blauen. Der kann schon durchgesappt sein. Ein hat 10 AP mit der, Eric. Du musst mich haben, Eric. Der push, der ist da innen, der smoke. Ich treffe ihn nicht. Nein, ich treffe auf den Kato-Dienst. Na schön. Ja, schon spawnen. Äh, spot. Ja, reload. Ja, nice. Ging zwei. Die war noch mit hinten, irgendwo. Geh spawnen. Ich smoke hier ab. B, vielleicht. Ich geh nach B. Ich geh nach B. Ich geh Puff. Geboing flashbang. Was ich... Einer noch A? Nice. Alter, drückt rein, das ist gut. Ja. Ich hab noch Puff. Ich geh B. Der Pole hat, glaube ich, B-Spot noch. B ist nix. Nee, das ist... Mitte kann halt kommen, ne? Ich hab mit... Nee, ich stehe ich Mitte hoch. Jetzt ist es falsch in Mitte. Dynamik kehren mit. Geh jetzt Mitte. Ich mach Ultra-Dex-B. Kannst halt überall sein, ne? Geh mit. Bommus-Stown hat keine Zeit. Bommus-Stown. Deft eh. Er könnte City-Spawn sein oder so. Er könnte überall sein. Nein, wir sollen da hingekommen sein. Oben, Haus. Da, da ist er, siehst du den. Nice. Jo, der traft echt was, der Dynamik. Nein, das ist gut. Nice, my boy! Die haben eine E-Ko, jetzt passt er unbedingt auf da. Würde halt noch reden, ne? Beobacht auf B, die kommen ab zu B. Das steht eigentlich ganz gut gerade. Der Pole ist auch gut mit A bei außen. Ja. So, Zeit, Bro. Machst du, Erik? Einer hat Richtung A gelaufen. Ey, der hat da keinen Kopf, glaube ich. Ich hab... Ne, Scout war das. 30 AP. AP down. Der Pole def. Eric B geht der auch hin. All clear, all clear. Einer noch mit da. Einer am Spawn mit Scouts. Ich treff den nicht, Mann. Dies scheiß Vorher. Meter down. Nice. Mann, da oben noch. Oben im Schweinehaus mit AP. Ich push. Ich hab hier... Man pusht doch nicht so da rein. Du bist ein bisschen B, Erik. Ich bin da nicht B, ich bin nach oben gegangen. Wo waren die, wo waren die denn noch? Am Spawn. Am Spawn. Ja, ich bin wieder da. Ja, Hitler, Metzgerei, der Pole. Hast du Mitte, Trill? Ja, ich bin gegen zwei. Unser Mate. Ja, unser Mate ist B. B, B steppt hinten, C, D, Spawn. Kann halt auch Puff kommen, Mann. Ich stehe so scheiße. Nee, Puff kann nicht kommen. Der hat das, da der Typ. Wo, wo ist der denn überhaupt? Das ist ja oben. Zieh mal links ab, zieh mal links ab. Da kann schon durch sein, ja. Links, links, links. Miss One. Ab oben, oder? Einer Mitte, Mitte. Mit Scout, mit Scout, komm. Ja, Headshot, Mann. Mitte, zielt, Mitte, zielt, Mitte. Mit Scout. Der rafft es nicht, der Mate. Mit One. Der andere kann überall sein. Boah, ich gehe weg. Der kann überall sein. Ich hab da keinen Bock drauf. Ich komm nochmal komplett hin. Okay, ja, beide A-Wirmen. One A-Spot, One A-Spot. Boah, Boah. Die haben Zeit, gerne. Ich hab da. Beide da. Boah, Boah, Boah. Boah. Das war der, der laggated hat. Mitte, push 1, 2. Einer steht gut. Einer steht gut. Einer steht da. Boah. Wo ist der? Einer steht da rein. Richtung Dach oder so. City-Spawn-Dach. Oben im Haus drin. Loob! City-Spawn, glaub ich. City-Spawn-Spawn. Ja. Drehend, der hat Smoke. Nein, nein. Ach, hier ist er mit. Mit. Das hat komplett rumgemogen. I smoked the Bomb. Komm, defuse doch einfach. Ach, okay. Egal, weiter. Man sagt auch, dass kein Safe-Call ist. Das gilt wieder wegen Mate-Call. Spawn-Drop. Wenn ihr könnt. Nein, ihr könnt nicht, oder? Dynamik, drop me, please. Können legen. Ihr könnt absolut legen. Nicht Drop, ja. Ich hab's. Wieder ein Scout. Boah, B, steppt einiges. B, steppt dabei. Mann, ich krieg da in die Fresse. Der hat 4 HP. Ich schieb. Wo genau, wer? B kann halt drauf sein. Boah, B, da halt im Zwischengang. Boah. Ich hab nicht kein B-Spot. City-Spawn kann schon toll sein. 2VB. Da unten, das ist der 2-Win-4-H-P. Down. Nice. Na, Mann. T-Spawn, Mann. 1-T-Spawn. Ach, Mann. Nicht ein Hit. 2VB. Mit der B-Fan-Peller. Mit AWP. Wir sind rechts oben. Zwei Stück. Oh, so ein Timelock, Mann. Oben war auch noch einer. Pass auf. Der andere war oben, der andere ist oben gelaufen. Pass auf, der kann schon oben B sein. 3 gegen 2, der Mate ist auf der B. Der oben ist auf der B. Ja, der oben ist auf der B. Wollen wir mal. Runaway. Hab ich nichts zu sehen. Der war auf dem Radar, glaub ich, hier grad. Mate hat A. Nice. Nice. Ich brauche ein Drop. Okay, Hex. Das war aber echt, das war aber auch irgendwie ein Witz. Wir sind schon on tilt. Hey, es ist lecker, klar. Leif ab. Komm, weiter. Das ist noch nicht safe, Mann. Das ist safe, hier mit Pistoles. Naja, weiter in zur Linie spielen. Auf Richtung an gelaufen. Ich flash da einmal. Ja. Wir haben eine Hunde-Eko, glaub ich. Mit einer, Mitte beim Siedler. Einer vor B mit Scout. Auf den Big Shots, einer low AP. Schweinehit. Einer am blauen Container. Hinterm blauen, zwei, zwei vor A. Genau. Spiegel heißt A. Einer hat 20 AP. Einer safe call hinterm blauen. Kannst vielleicht weg, ne, der hat 20. Der hat weggeschoben, fuck. Die sind wieder T-sworn. Was? Die sind alle weg hinterm blauen. Die sind wieder T. Mitte, Mitte, zwei, drei. Ab Mitte, ab drei, Leute. Mit. A lot of them in mid. Coming towards B, I think. Schieb mal nach B. B-Step des Todes. Die kommen absolut B, safe call. Vor, puff, links, irgendwo. Mann, 73, nice. Da müssen B außen durch sein, glaub ich. Kein safe call. Oh, low, Mann. Da sind wir noch ein spawnen. Ein spawner down, nice. Crash mit. Können überall sein. Ace, du musst hinter dir aufpassen. Ach, Mann. Puff, im Puff. To your right, dynamic. One there. One in there, in the red room. Ach, Ace, der hat nichts mehr. Auto mit. Schön. 30 Sekunden. One, 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 Ace. Geh weg, weg, der war im Puff irgendwo. Die absolut weg. Ey, mach einfach nur ab. Der ist hinter dir, dreh dich da mal um. Hey, Schwein. Hier ist es egal, gerade. Hallo. Der ist ja am besten, ich hau ein paar Hits ran. Da kommt vielleicht auch rechts, da kommt vielleicht auch rechts schon. Ey, 10. Ja, 10 Sekunden, lass dich einfach nicht vor. Der ist bei 7 nochmal, jetzt musst du nochmal gucken und dann wegrennen. Der kann ja eh nicht mehr schaffen, stimmt, ja. Ja. Spring bei einer Sekunde ins Wasser. Der Bombe, weg, weg. Da kommt von hinten mit rechts. Spring, spring einfach, spring einfach, damit es hilft. Oh, das war eine Sekunde. Äh, was ist denn das? Erik dachte, er hat's verbrannt. BTF, ich dachte, es geht weiter. NW. Das war richtig abgefuckt gerade, Mann. Ich hab auch absolut NW, ich brauch absoluten Block. Kein Geld, Mann, ey. Ich kaufe irgendwas. Wir müssen mal eine Runde Flawless rum. Ich spür mal einen Move bei A. Smoke! Da wollte er noch die Bomben getätet legen, das war verwirrt. Einer im Schweinehaus, VB. Warte, in der Mitte einer. Ich push mal ein B durch. Ich auch. Bumbe down, VB. Was war noch? War noch mit AEP oder so. Ich raff ihn nicht. Ich raff die Hitze nicht. Wo ist der Erik? Der ist da VB an dieser Treppe da. Äh, VA. Nice, Mann. Gut, man braucht mal ein Hussspiel zwischendurch. So, Colin. Nice, Mann, das war gut, Alter. Wir müssen auch mal offensiv pushen, so. Ja. Das ist echt gut. Da hatten die absolut nicht auf dem Schirm. Ja. Die sind aber auch nicht so gut. Nice, mate. Der macht halt auch guten Frack da. Inner-Märzgerei. Der ist auf jeden Fall da. Immer nice. Redet halt kein Stück, ne, der Hund, Mann. Der ist richtig im Fokus. Ja, sein Buski. Mann. Mann, block doch hier nicht so rein. Äh, Mitte-Scout. Oh, Puff. Der ist nicht blind. Schön. Noch einer aus. Bumbe down. Nice. Ich schieb von Mitte. Wohr, bitte. Ich bin T-Base. Das ist noch eine Scout. Ich gebe Puff. Oh, Mann. Der hat schon doch mit Scout da. Mann, sein Low. Ah, der ist abgehauen bei denen. Oh, Puff. Ich bin, ich bin... Gernade out. Ah, der ist noch vor A. Mann, T-spawn. Minus 95. Ganz außen T-spawn. Also nice. Ganz außen T-spawn. Ich weiß nicht, wo du bist. Ganz hinten drill. 5-Hab. Ah, schön. Das ist echt das Problem. Der ist wieder Reder, mate. Ich glaube, der hat das Settings... Der hat das Settings jetzt. Soll ich... Am 4 liegt. Ich kaufe HP. Oh, fuck, ja. Nehmen die. Ich nehm' die. Ich spiel'n Move im Puff. Was ist das Schlimm, man? Kein Digle-Skin, kein AWP-Skin. Ich bin zu down. Und kein M4-Skin. Jaaaa, ja, ja, ja. Hat angemacht, okay. Der hat echt angemacht. Ah, einer weg. Ace hast du Mitte? Ja. Einer vor B. Mitte einer. Du bist halt A durch wie so'n Hund. Wo genau, Mitte? Hinterm weißen 7. Ich mach' nen übelsten Todesmove. Bombe ist hier down. Ich hol' die von hinten. Treppe! Der ist down da. Treppe, hast du hier, Erik? Ich mach' den übelsten Todesmove, ja. Ich hab' die. Ja, Mitte, Mann. Boah, Bescheid von hinten rein, so, gell. Mann, sag' doch, Mann, wo Mitte? Das ist groß. Ja, ich hab' die Bombe, Mann. Ich schweb' noch bitte ab. Und wann? Das war gut gemacht, da hausend. Kann überall sein. Absolut unbekannt. Der Russe ist jetzt mit da drin. Oh! Der schlicht rein! Der schlicht rein! Oh, der muss hier reinstechen. Hahaha! Das war aber nice. Er schreibt schon, ups, den Chat. Seididio, oder? Dafür gibt's noch einen schönen Ziel. Ja, 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 ja. Kann man schon mal machen. Keine Skins. Das war halt irgendwie low. Was hat er da gemacht? Der hat von der Seite reingeschlungen. Ich geh' Puff mal jetzt rein. Erich geht halt auch rein. Erich geht halt auch rein. Er ist halt pushen, oder? Warte, warte. Warte, warte. Vor A nix. Der pusht, der pusht. Der pusht down. Woll, der ist schon vom Team. Außendurch, Erich. Außendurch, links, Erich. Ja, 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 ja. Ich hab mit des Offen... Er ist schon am Gabelstapler. Mann, und BH ist oben. Ich dachte, der Pole zieht mal mit ab, Mann. Wo ist der? Mitte noch. An der Fleischerei, oder so. Der zielt halt nicht ab, der Pole. Jetzt wieder ab. Der ist so da. Der lässt mich halt sterben, der Arsch. Woll, ein bisschen Puff. Ich glaub noch außen, da links, oder so, Erich. Ganz links, irgendwo. Kämmt der auf der Kiste, oder so. Links, Feuer. Nice. Letzter Kran. Letzter Kran. Nice. On one. Absolut on one. Feine Waffe abgeben, Erich. Feine Waffe abgeben, Erich. Wo ist der? Ich fäng den durch bis zum Schwein. Der wird zur Reihe hoch. Es liegt ans Kopf. Boah, es liegt so rein gerade. Ich brauche einen Drop. Können absolut alle linken. Wir fahren aber auch drüber ein. Es passiert nichts. Es passiert nichts. Hallo? Ich lege, ich lege. Es passiert nichts. Man plocht doch nicht immer so ein. Ah! Ey, safe call, safe call ey. Aber B nix. Mitte ist offen, Mitte ist offen. Ich hab Mitte. Ich hab ihn gewonnen. Bitte dauernd. Hinter blauen war noch einer. Man, der ist noch am blauen. Hinter am blauen noch mal. And one. Born da links. Lol? Hey? Ja, Haldo. Ace was last. Der kommt außen. A außen. A außen. A außen. A außen. Hallo. Hey, hast du was? Ja, du willst halt richtig einen Move spielen. Zone. Mitte mit dem 4 oder so. Man belegt schon. Ja, kannst halt gucken, ob du den von oben picken kannst da. Loil. Was? Hallo? Ja, 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 ja. Da bist du im Klatsch in Holz. Ja, ja, ja. Warum der nicht vom ersten Schuss schon down war? Bei mir ist die Arrowguns da jetzt. Irgendwann alles sich umdurch. Thank you bro, thank you bro. Man, Mitte einer unnötigen Flasche. Einer ist in der Metzgerei links. Der Flasche ist Richtung A geflogen. Drei VB, einer Metzgerei. Nee, der Bier hat gar genug, Mann. 50 AP, einer. Mitte ist offen, Mitte ist offen. Ich bin, ich bin und spawn. Und die Dynamik hat Schweine-Aim jetzt. Ich hol die gleich von hinten. VB geht ab. Sind die im Hitlerhaus? Einer ist oben. Ruhe, Ruhe. Oben Treppmacher. Ruhe, bitte, Ruhe. Stay down. Okay, hallo? Mann. Beide am spawnen. Einer hat nichts mehr. Drei, neunzig. Ein Drei. Letzter vor A. A, A, A. Going to A, I think. Ja, der ist durchgelaufen. Plant it, der legt. Plant it. Ach Mann, legen lassen das nicht. Lass das nicht verdatteln. Lass zusammen spielen trotzdem. Ich. Ich. Nicht flash zwei Mal A. Ja, der ist hinten im Warnhaus. In der Halle. Die sind halt. Push mal rein, ey. Nein, du. Der ist push noch mal weg. To your left, Dynamic. To your left, nach. Oh, der ist rechts oben. Wie viel ist denn einer gefühlt? Ja, gar nicht. Geht durch, geht durch. Nice. Hier kommt nochmal der Push nochmal rein. Der springt da um mich, treff den nicht. S kannst du an. Brauch'n Drop. Kannst du nicht. Brauch'n Drop. Brauch'n Drop. Brauch'n Drop. Fucking Ruski. Nazi Hackers. Immer die Nazi Flames, Mann. Alles nichts. Mit der Rush-Lots. Oh, der war bei einer. Mit ist offen. Mit ist offen. Mit ist offen. Mit ist offen. Der schiebt CTBs. Der schiebt CTBs. Der war oben. You've been voted off. Einer hinterm blauen. Lässt sie schmecken, Mann, den Kick. Ach, low. Franz, ich hab den noch. 2A. Ach, Mann, ganz außen am Kran bei B. Der pusht, geht zurück. Der triggert jetzt einen. Oh, Mann. Die Keys, Mann. Die spawnen vorbei. Der legt halt da. Der legt halt direkt offen. Ich seh' den halt nicht. Wir haben halt immer noch kein Geld. Das ist so WTF. Ich kann eine legen. Ich brauch' eine. Ja. Ich spiel' A noch mal, Mann. Ich brauch' eigentlich auch einen, aber... Ja, gut. Ich spiel' auch mal den Kopf. Komm, die Runde ist noch wichtig, Mann. Der ist noch da bei mir. Probier' Smoke mit, bitte. Schnell. Nee. Na, schon zu spät. Yo, Smoke, Mann. Probier' ich ein bisschen was. Oh. Und er aimt wieder da ab. Mann, was ist denn das für'n Spast? Es geht nichts rein, Mann. Oh'n bis B. Komm'n. Nice. Einer war noch vor A. Einer kommt. Einer ist noch vor B. Der hat Hits. Der blauer P. Weg. Meine AWP liegt... Ne, M4 liegt am blauen. Rechts. Ja. Hinterm blauen. Oder ist runtergefallen. LOL. Du ansagst immer, Alter. Ja, ich... Ich hoffe, dass du die ganze mit für die Waffe. Egal. Oben, oben, über dir! Erik! Der ist B. Hallo? Über dir, im Catwalk, Erik. Der ist im Catwalk, Erik. Der ist im Catwalk, Erik. Der ist B. Der ist B. Der ist B. B drauf. Das ist der Bot. Das ist der Schweine-Botpack. Der war aber vorhin T-Base. Wo der mir die Schelle gegeben hat. Der ist auf der Catwalk, rechts oben. Metzgerei. Ja, oben ist Metzgerei wieder reingegangen. Links. Der links ist. Ja! 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 Oh seva. Ich glaube sie aку. Ich tät lack damit so git nichtx so. Ich gepack damit so gelöss. Na jetzt hat's noch 16, 16, 13. Oh Gott! Ahhh! Ohhhh! Ohgh! Man, nicht A. Bitte nicht, nicht A. Gib mir deine Globus. Mann, ne du hast halt Top-Spawn A. Die sind immer er da jetzt. Ja, wir haben das... Ja wass jetzt. Geh nicht A. Nee, niemals A. Nee, nee. Ich gibt mir deine Globus. Beglottiere die Sache. Geschrei rein, Güpero doch. Ach, nicht der Hund. Spot halt nichts mehr. Liner down, da ist die beste Glocke der Welt. Mitte, Mitte, Mitte. Gabelstapler, Erik. I'm down. Der wird gefahren. Die können nichts machen. Die haben nichts. Hier ist wohl Knifen. Knife raus, ohne Spaß. Oh, da skirrt die Leite hoch. Ich komm nicht hoch. Die Flash. Hallo, hallo. Ich hab den, ich hab den, glaube ich. Mann, ich hatte den fast. Oh, kacke. Ich steh halt rein, Mann, die Leite rein, Mann. Ja, ja, ja. Ich kauf schon AK. Ich hab Ultrageld. Oh mein Gott, war das lächerlich. Ich knife halt nur an, Mann. Solche Hunde, Mann. Passt noch auf irgendein scheiß Rush auf. Camper Mitte ab. Joooo. Und dann Bombe hier Richtung A. So, da unten, der geht jetzt, glaube ich, hoch. Aufs Dach. Das ist ein A-Stack. Der A, gar nichts. Der ist nicht auf dem Dach, Erik. Ich weiß nicht, wo die sind. Der ist Hallerei. Wir haben nichts. Spawn, Anna. Der ist hinter der A-Shock. Bombe sind nichts down, ihr Schweine. Ja, Bombe, ja. Wo ist seine Waffe? Irgendwo B. B außen. Er kämpft die Bombe nicht ab. Arm ist der Freizeit. Der ist im Metzger rum. Puff oder was? Metzger. Der ist, glaube ich, Puff rein. Ja, der ist Puff rein. Ich hab das schon gesehen. Versch ihn. Der kann nichts machen, wenn der rauskommt, ist der down. Nice. Auf geht's, letzte Runde. Hallo. Meine Fremse, ist das unnötig. Oh, ein G. Du kriegst es mit rechts, A, ist legal. Du kriegst es mit rechts. Ich leg dir eine Waffe, Felix. Hier, nimm die mal. Nee, ich hab schon. Nimm mal die, die ich dir getroppt hab. Ich krieg die am Spawn rein. Nimm die mal. Hier. Hallo. Hallo. Du bist ein Kopierer, du bist ein Faker. Du bist ein Fan. Nee. Toll. Ach, verbot. Gott, Fergus. B, Scout. Enter der Weißen Siedler. Hier. Unter dem Weißen Siedler, wo ist der Weißen Siedler? City Spawn. Oh, stech rein, stech rein. Nee, der ist... Der fahr drüber. Einer haben City Spawn. Die Clear. B ist frei. Nein, Fan. Messer raus. Für den letzten Messer raus. Absolut. Mann, warum brichst du denn rein? Mann, keine Ahnung. Kein Bock mehr auf die Scheiße hier. Alter, lass mich um die Duel Barretas schminken. Endlich. Das ist eine Scheiß-Mission. Die Mission für so einen Scheiß-Skin, Alter. Die Mission für so einen Scheiß-Skin, Alter. Egal, aber endlich. Scheiß-Schwachköpfe, ihr Sparsak. Darmik. Wir sind jetzt in die Judensternen, Alter. Alter, war ultra gut. Null. 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 Egal, wieder ein gutes Match von uns. Endlich diese Scheiß-Blackgold-Mission geschafft. Wir sehen uns beim nächsten Matchmaking. Möchte noch jemand was sagen, vielleicht? Ace, zwei Worte. Black Keys. Endlich hast du es. Nice. Ach, Mann, ey.